Rohr 1 und 2 klar zum Fächerschuss! Fäcker! Los! Ab! Die Torpedos laufen. Ob sie treffen werden? Die erlösende Detonation. Mit dem Hekt liegt der Frachter bereits tief im Wasser. Robert Karl Friedrich Güzi wurde am 4. Januar 1919 in Charlottenburg geboren. Er war ein deutscher Offizier der Reichsmarine und der Kriegsmarine. Zuletzt Korvettenkapitän, Kommandant des deutschen U-Budels U98 vom Typ 7C und U177 vom Typ 9D2. Güzi gehörte zu einem der U-Boot-Asse im Zweiten Weltkrieg und versenkte auf 8 Feindfahrten und 506 Seetagen 25 feindliche Schiffe mit rund 147.000 Bruttoregistertonnen und beschädigte ein weiteres mit 2.600 Bruttoregistertonnen. Robert Güzi trat am 8. April 1931 in die Reichsmarine ein und absolvierte seine Infanterieausbildung bei der 2. Abteilung der Schiffsstammdivision der Ostsee. Am 30. Juni 1931 kam er zur Bordausbildung auf dem Segelschulschiff Niobe und am 17. Oktober 1931 auf den Leichtenkreuzer Karlsruhe. Hier wurde er am 1. April 1932 zum Seekadetten und am 1. Januar 1933 zum Feindrich zur See befördert. Ab dem 5. Januar 1933 absolvierte er die Lehrgänge für Feindriche, unter anderem den Hauptlehrgang für Feindriche, den Artillerielehrgang und den Nachrichtenlehrgang. Nach deren Abschluss wurde er am 2. Oktober 1934 auf das Linienschiff Hessen und ab dem 12. November auf das Panzerschiff Admiral Scheer versetzt. Am 1. Januar 1935 folgte die Beförderung zum Oberfeindrich zur See und am 1. April zum Leutnant zur See. Am 26. September wurde Gysi auf das Torpedoboot Albatross versetzt und hier am 8. Dezember zum 2-WO ernannt. Am 1. Januar 1937 zum Oberleutnant zur See befördert, wurde er am 6. September Flakleutnant bei Admiral Karls im Stab des Flottenkommandos und am 25. Oktober Kommandant des Torpedobootes T-107. Am 25. Oktober 1939 wurde Gysi, Chef der Torpedoboot-Schulflotille und am 1. Oktober 1939 zum Kapitänleutnant befördert. Am 1. April 1940 wurde er zur U-Boot-Waffe versetzt und absolvierte die U-Boot-Schule. U-Boot-Schule der Kriegsmarine, ein Unterrichtstag in Freien. Ist genauso ein Seenfahrzeug wie das andere Fahrzeug, nur zu seiner Spezialaufgabe, dem Tauen, hat es verschiedene Einrichtungen. Zeigen Sie jetzt den Druckkörper und nennen Sie die Raumeinstellung. Wir teilen uns den Druckkörper ein in den Torpedoraum, im vorderen Mannschafts Wohnraum, in die Zentrale und in den Maschinenraum. Am 16. September 1940 wurde er zur Baubelehrung von U-98 kommandiert und stellte dieses Boot am 12. Oktober in Dienst. Erstaunlich ist, dass Robert Gysi seine Karriere direkt als U-Boot-Kommandant begann, ohne auf anderen Booten als 1W-U oder Kommandantenschüler zu dienen. Nur sehr wenige Männer zeigte der BDU Karl Dönitz ein solches Vertrauen. Nach sechs Feinfahrten mit U-98, 194 Tagen auf See, konnte Gysi elf Schiffe mit rund 59.400 Brutto-Registertonnen feindlichen Schiffsraumes versenken. Für diese Erfolge wurde er am 23. November 1941 mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Danach gab Gysi das Kommando über U-98 ab, um am 24. März 1942 Kommandant von U-177 vom Typ 9 D2 zu werden. Vom 17. September 1942 bis zum 22. Januar 1943 absolvierte er seine erste Feinfahrt mit U-177 und versenkte dabei acht Schiffe mit rund 49.500 Brutto-Registertonnen. Außerdem bestätigte er ein weiteres Schiff mit rund 2.600 Brutto-Registertonnen. Seine folgende achte und letzte Feinfahrt fuhr Gysi am 1. April bis zum 1. Oktober 1943. Dabei konnte er nochmal mit U-177 sechs Schiffe mit rund 38.000 Brutto-Registertonnen versenken. Von dieser letzten Feinfahrt stammen auch die folgenden Originalaufnahmen. Der Kriegsberichter, der diesen Filmbericht von der Feinfahrt im Indischen Ozean mitgebracht hat. Delfine umspielen den Buch des Bootes. Die Einwirkungen des Seewassers machen zumal in tropischen Gewässern eine besondere Pflege der Geschütze notwendig. Arbeiten an Oberdeck bei bewegter See. Eichenlaubträger Korvettenkapitän Gysi auf Feinfahrt im Indischen Ozean. Diese Aufnahmen sind die Fortsetzung unseres vor einigen Wochen gegebenen Berichts. Während der monatelangen sturmreichen Fahrt um das Kap der guten Hoffnung sind Überholungsarbeiten unter und über Wasser erforderlich. Der erste Wachoffizier legt Tauchgerät, Bleigürtel und Bleisandalen an, um bei gestoppten Maschinen das Tiefenruder zu prüfen. Arbeiten an Oberdeck bei bewegter See. Die Arbeiten in der engen Schutzverkleidung des Vorschiffes werden durch die unruhige See erschwert. Das Boot nimmt seine Fahrt wieder auf. Es trifft sich mit einem Versorgungs-U-Boot. Versorgung auf See. Das deutsche U-Boot U-160 kommt in Sicht und trifft sich mit U-177 am 19. April 1943 im Mittelatlantik. Dort kommt das Boot in Sicht. Pünktlich zur festgesetzten Stunde treffen sich die beiden U-Boote im Indischen Ozean. Tausende von Meilen von der deutschen Heimat entfernt. Das Versorgungsboot dreht bei. Die Schläuche für die Ölübernahme werden angeschlossen. Eine frische Brise kommt auf. Bei hochgehender Dünung wird Proviant übernommen. Die Schläuche für die Ölübernahme wird Proviant übernommen. Ein Kranker wird zum Versorgungsboot übergesetzt. Die Ölanschlüsse werden gelöst. In der abendlichen Dämmerung trennen sich die Boote. Der Smoothie probiert das frische Mehl gleich aus. Mit neuen Vorräten geht die Feindfahrt weiter. Im Bug-Torpederaum erscht Hochbetrieb. Die neuen Torpedos werden mit Ketten und Flaschenzug in die Rohre geladen. Nun kann man sich das Essen schmecken lassen. Das Wasser der Diesel liefert ein prächtiges warmes Brausebaden. Weit und breit ist immer noch kein Schiff zu sehen. Wir nähern uns der Ostküste Afrikas. In diesen küstennahen Gewässern wird endlich auch ein Gegner zu fassen sein. Eine Rauchfahne, feindliches Handelsschiff in Sicht. Neh, hier? Der Kommandant kommt an das See rum. Die lang ersehnte Beute. Auf Gefechtsstationen. Mündungsklappen öffnen. Vorrätenkapitän Hüsey legt die Schusswerte fest. Der Obersteuermann errechnet den Vorhaltwinkel. Ohr 1 und 2 klar zum Fächerschuss. Der Obersteuermann errechnet den Vorh Derf. Der Obersteuermann errechnet den Vorhdaerrn. Die Torpedos laufen. Ob sie treffen werden? Die erlösende Detonation. Mit dem Heck liegt der Frachter bereits tief im Wasser. Fort ein Rettungsboot. Die Vergrößerung des Seerohrs bringt den untergehenden Frachter ganz dicht ins Blickfeld. Der Kommandant lässt auftauchen. Der feindliche Dampfer sinkt in die Tiefe. Bei den eben gezeigten Aufnahmen handelt es sich nicht um ein Schiff, das durch U-177 versenkt wurde, sondern das hier ist die Radames, die am 25. Mai 1941 durch U-103 durch ein Torpedo versenkt wurde. Ununterbrochen sucht die Brückenwache die Kimm ab. Eine Rauchfahne wird auswärts von Afrika unter der Küste von Madagaskar gesichtet. Der Wachprobezieher ruft Kommandant auf die Brücke. Der Kommandant lässt tauchen. Im Seerohr die Küste von Madagaskar. Das U-Boot schiebt sich zwischen Küste und Feinschiff. Das Horschgerät nimmt die Schraubengeräusche des näher kommenden Dampfers auf. Da ist er! Da ist er! Noch ein sichernder Rundblick. Der Kommandant entschließt sich, den Dampfer durch Artilleriebeschuss zu versenken. Und auf, auf! Versch corridor, vom Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nach halbjähriger Feindfahrt kehrt das U-Boot des Kapitänleutnants Füsey aus dem Indischen Ozean in seinen Spitzpunkt zurück. Untertitelung. BR 2018 Nach dieser Feinfahrt wurde er am 17. Oktober 1943 zur 12. U-Boot-Flottille versetzt. Dann bekam er eine Einladung nach Rastenburg. Am 25. Oktober 1943 werden vier Korvettenkapitäne der U-Boot-Waffe ins Führerhauptquartier Wolfschanze zu Adolf Hitler bestellt. Die Korvettenkapitäne Wolfgang Glüth, Erich Topp, Reinhard Suren und Robert Gysi werden von Conteadmiral Hans-Erich Voss zu Hitler geleitet. Korvettenkapitän Lüth erhält das Eichlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Korvettenkapitän Gysi erhält das Eichlaub, die Korvettenkapitäne Topp und Suren, die die Schwerter erhielten, überreicht Hitler die Urkunden ihrer Auszeichnung. Am 5. Januar 1944 wird er Flottillenchef der 25. U-Boot-Flottille. Im April 1945 wurde er noch Kommandant des Marine-Panzerregiments 1, eines Verbandes, der nicht vollständig aufgestellt wurde. Bei Kriegsende geriet er in Gefangenschaft, aus der er am 31. Mai 1945 entlassen wurde, um Leiter der Personalabteilung des Deutschen Marineräumdienstes der Ostsee zu werden. Im Dezember 1947 wurde er aus dieser Dienststellung entlassen. Nach dem Krieg trat er in die Marine der Bundeswehr ein und diente bis März 1970, zuletzt als Flottillenadmiral und Kommandeur der Marine-Division Nordsee. Mit dem ehemaligen Panzerkommandanten und Kommandeur des Panzerregimentes Großdeutschland, Willi Langkeit, dem Eichenobträger Friedrich Guggenberger und weiteren Ritterkreuzträgern, gehörte Robert Gysi zur Ehrenformation an der Seite des Sarges von Konrad Adenauer, währenddessen Staatsbegräbnis. Am 25. April 1967 in Köln. Robert Gysi verstarb am 26. April 1989 in Wilhelmshaven. 1. August 2016 in Köln. Benvingshoven. 10. April Rising payings verlorenade Vielen Dank.